ja hallo liebe taschenmesser freunde und steel nerds dies ist eine kurze va an den jochen einen super netten messer buddy der auf youtube auch bekannt ist als jm knives 7207 und der jochen hat zu einer va aufgerufen und zwar meine fünf meist genutzten taschenmesser 2023 und da mache ich natürlich sehr gerne mit wenn ich jetzt das gleich hier diese schwarze abdeckung weg nehme ja es werden ganz andere messe da liegen als vielleicht einige von euch sich vorstellen könnten bei mir das liegt einfach daran dass ich erstens tatsächlich ungern messer mitnehmen die nicht 42a konform sind und die nur zu hause nutze und naja wie oft nutzt man denn zu hause tatsächlich ein messer man macht mal pakete mit auf und da habe ich eins immer so weit auf dem vertigo bei uns liegen und das andere ist dass ich beruflich überhaupt kein messer tragen darf also da wo ich arbeite ist komplettes messer verbot das einzige was erlaubt ist und keine schlüsselmesser weil es im endeffekt gar nicht auffällt deshalb wird das ein bisschen anders wohl aussehen als ihr das vielleicht erwartet haben aber völlig in ordnung die meisten messer die ich habe die habe ich weil ich sie sammle weil ich sie gerne habe weil ich gerne damit herumspiele das ist ungefähr so ich sage das immer ein briefmarkensammler nutzt seine briefmarken ja auch nicht für das für das sie eigentlich vorgesehen sind klar hinkt der vergleich aber okay so das sind meine meist genutzten messer 2023 ja ich fange mal an dieses messer ist wirklich das was am allermeisten dabei ist das ist mein kleines victorinox rambler das hat das classic xd abgelöst weil ein werkzeug mit da dran ist und das trotzdem super klein ist es ist wie ihr sehen könnt mit so einer kleinen driver an meinem schlüsselbund immer dran kleine taschenlampe noch dazu und damit hat man eigentlich so weit alles das was man wirklich so tagtäglich gebrauchen kann ist wirklich so wenn man ehrlich ist ist es so das war schon wieder die kamera man gut zweites messer das ist ein fake schermann das ist ein spider-core schermann ist aber kein spider-core das habe ich vorgestellt in diesem in meinem video zu den fakes das ist sozusagen das hard use knife für den garten draußen damit dem mutig sachen zu dem ich wirklich die ich einem wirklich teuren messer gar nicht zumuten möchte und das ding hat so viel mitgemacht und es funktioniert so gut es ist wirklich unfassbar ich kann mir dass ich kann das echt gar nicht glauben ich bin auch irgendwie erschrocken darüber wie gut dieses ding eigentlich ist ich nutze das weil wenn es kaputt geht wenn es mal verloren geht dann hat mich halt irgendwie 30 euro gekostet oder so also natürlich hätte ich gerne ein echtes schermann was ich nutzen würde ich wüsste aber ganz genau von mir ich würde kann 300 euro messer irgendwie nutzen um damit irgendwie im garten auch mal keine ahnung dachpappen zu schneiden oder irgendwie sowas ja würde ich nicht machen von daher das muss es her halten und mit dem bin ich sehr sehr zufrieden das dritte ist ein messer was auch so für härterung sachen mal genutzt wird da wird auch schon mal ein bisschen mit ja so ein bisschen rum gepult irgendwo das ist ein böcker und zwar ist das ein böcker plus joule ein glaub ein reinhard design das teil ist unfassbar nützlich schön klein und kompakt das habe ich eigentlich immer so ja immer immer irgendwie am schreibtisch liegen oder irgendwo wo ich gerade so auch unterwegs bin ist das mal dabei zu hause es ist tatsächlich auch nicht 42 a konform es sind ein handöffner und es hat ein frame lockt das ist d2 man sieht ja auch das war auch das messer womit ich mal wissen so mit dem d2 rum experimentiert habe das lässt sich super schärfen die action ist wirklich unfassbar auseinandergebaut bisschen geölt die action ist unfassbar das ding macht richtig spaß und das nutze ich daher tatsächlich oft ist auch so ein teil kostet wirklich auch nicht fehlt aber auch unter 30 euro wenn das kaputt gehen sollte ist halt kaputt ja also und das letzte ist noch billigeres messer deshalb das ist das messer was bei uns in der schublade rum liegt deshalb dieses also ist es messer was ist das eigentlich ganz schrecklich ja die action ist wirklich ganz mies die verarbeitung ist echt wirklich überhaupt nicht gut es kostet irgendwie um die zehn euro oder so aber ganz ehrlich das ist super um pakete aufzumachen diese hawk bild klinge und dann auch serrated aber da kann man wirklich alles mögliche damit machen und man geht so runter schneid es eben so auf wenn man denkt da ist was empfindliches drin ebenso das gleiche teil ich habe es auch schon ein paar mal nachgeschärft da muss man es sowieso nicht bei den serrations hier vorne ja also für pakete aufmachen oder machen wie bis man auseinanderzuschneiden reicht das allemal genauso wenn es kaputt geht es kaputt so der platz fünf oder der slot fünf der noch frei bleibt der bleibt auch frei und zwar aus dem grund weil wir haben erst ende oktober und ich will noch mal einen freilassen weil es euch auch sein kann dass jetzt irgendwann ich habe jetzt ganz kürzlich erst zum beispiel das manly comrade bekommen von dem ich ganz schön angetan bin und das könnte durchaus sein dass das öfters mal in meine hose wandert und das mitgenommen wird also ansonsten ist es natürlich victorinox immer mal dabei und das sweetsa das kleine ist dabei oder das sandrenmu windrunner ist dabei aber dieser slot bleibt noch mal frei ja das war es auch schon zu meiner va lieber jochen danke für die idee ich hoffe das hat ja gefallen was du hier gesehen hast und du siehst es ist bei dir ja auch ganz ähnlich es werden nicht die teuersten messer mitgenommen sondern die die man irgendwie auch gerne nutzen möchte und bei mir ist es tatsächlich auch so wie schon gesagt bei denen wo ich nicht unbedingt angst haben muss wenn ich sie verliere oder sie kaputt gehen ja ansonsten passt auf euch auf take care und bleibt vernünftig mit euren messern tschüss